Man sieht ja immer mehr E-Autos auf den Straßen, aber gibt es auch schon Elektro-Busse? Ja, in Barcelona zum Beispiel fahren einige Busse schon voll elektrisch. Die Busse haben einen 400 Kilowattstunden großen LFP-Akku und kommen damit etwa 400 Kilometer weit. Und hier sieht ihr, wie ein Pantograph den Bus auflädt. Mega cool, oder?